So liebe Leute, Freitagnacht. Wir sind zur Stelle. Schön, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wie immer Freitag ganz offene, ganz freie Themensendung, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt. Egal über was, dann meldet euch 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer. Oder mailt domian.wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte kurz umschreiben, um was es geht. Und eure Telefonnummer in die Mail auch mit reinsetzen. Und der erste Anrufer heute Nacht, das ist der René. Und René ist 27. Guten Morgen, René. Ja, hallo. 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 Mein Lieber, was geht's? Ja, bei mir geht es ja um meine Freundin. Und da geht es wahrscheinlich um Asexualität. Erstmal liebe Grüße. Und ich bin auch ein Fan von dir und sehe dich auch sehr oft. Sehr nett von dir. Vielen Dank. Ja, ich finde die Sendung auf jeden Fall super. Dankeschön. Vielen Dank. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt über ein Jahr zusammen. Ein Jahr? Und Asexuell, was heißt das? Läuft gar nichts bei euch? Es läuft gar nichts. Also ich war der erste Partner von ihr. Sie ist 23. Ja. Und also sie hat zuvor schon mal einen Freund gehabt, aber das war keine so feste Beziehung. Ja. Also es stand zwar auch davor, aber wie gesagt, bei uns war es das erste Mal. Aber ihr hattet schon mal Sex miteinander. Ja. Nicht oft, aber... Wie viele Mal in dem einen Jahr kannst du wahrscheinlich das dann rekonstruieren? Mehr als zehn Mal, wenn es gewesen sei. Mehr als zehn Mal. Genau. Ist natürlich auf ein Jahr bezogen, wenn man frisch verliebt ist, sehr wenig. Es ist sehr wenig, ja. Wie waren denn diese zehn Mal? Waren die mehr schlecht als recht? Am Anfang, sage ich mal, hat man auch große Hoffnung gehabt, dass sich das bessert auf jeden Fall. Es ging schon ziemlich schwierig los, aber am Anfang, naja. Wenn man die erste Partner ist, dann kann es sein, dass halt Schwierigkeiten auftauchen. Ja, okay. Kann man verstehen. Genau. Aber damit der Zeit hat, ist es auf jeden Fall nicht gebessert. Hast du den Eindruck, dass sie keinen Spaß daran hat? Absolut nicht. Also sie wird auch nicht dementsprechend, ja, feucht, sie ist auf keinen, sie ist kein bisschen angeregt und... Ja, sie macht es nur für dich? Mehr oder weniger, ja. Sie hat es bis jetzt, sage ich mal, in dem Fall versucht, aber beim letzten Mal war es halt so schlimm, dass wir abbrechen mussten währenddessen. Weil du so gemerkt hast, dass sie überhaupt keine Lust hat? Ja, also gemerkt von den Schmerzen her, das ist ja auf jeden Fall auch der Fall, dass sie große Schmerzen dabei empfindet. Achso, achso. Und sie war halt, keine Ahnung, danach muss ich sie ja trösten, weil das war einfach für sie dann beim letzten Mal einfach total zu viel. Verstehe. Redet ihr ganz offen darüber? Ja. Ja? Ich habe auch schon mal das Thema angesprochen und ich habe auch mal im Forum was darüber geschrieben, das habe ich ja im Endeffekt dann auch mal bei, ja, weniger, ja. Ja, und wie äußert sie sich, wie erklärt sie sich selbst, dass das so ist? Dass sie auf jeden Fall keine Lust dazu hätte, dass sie am Anfang, ja, das schlecht einschätzen konnte, sie hätte keine Erfahrung in dem Bereich gehabt und... Ja, okay, aber hat sie eine Idee, woher die Blockade kommt oder die große Schwierigkeit? Keine Idee, nein. Sie sagt einfach, sie braucht es nicht und sie könnte auch ohne leben. Hat sie keinerlei sexuelle Sehnsüchte? Nein, also nicht, dass ich wüsste. Das heißt, sie befriedigt sich selbst auch nicht? Darauf habe ich es auch schon angesprochen. Das hat sie mal zwei, dreimal gemacht aus Neugier wahrscheinlich, also sie redet zwar auch nicht so gern drüber, aber das hat sie auf jeden Fall gemacht und das mehr oder weniger aus Neugier. Und hat sie dabei einen Orgasmus bekommen, weißt du das? Hast du gefragt? Ja, aber wenn es sowas für ein Orgasmus war, also sie konnte es nicht genau beschreiben. Ja. Aber offensichtlich scheint es ihr nicht so sehr gefallen zu haben, weil sie die Aktivitäten wieder eingestellt hat. Ja, ich frage mich, ob es ein psychisches Problem ist, weil das ist wirklich weitreichend. Also sie mag es zum Beispiel überhaupt nicht, wenn ich sie anfasse. Es ist wirklich schwierig, also mit der Hand, sage ich mal, selbst wenn es zu dem Akt kommt, es ist wirklich schwierig, dann vorgespielt überhaupt zu gestalten. Jedes Mal, wenn ich sie anfasse an bestimmten Stellen einfach, dann will sie das unter keinen Umständen. Ja, wie ist es denn sonst so mit der Zärtlichkeit? Lässt sie das geschehen, wenn du sie irgendwo am Körper streichelst? Ja, also körperliche Nähe ist auf jeden Fall gegeben, insofern wir noch Kleidung anhaben, weil es halt darum geht, dass man sich entkleidet und alles, was um Nacktheit geht, ist schon wirklich ein schwieriges Thema. Also wenn ihr beispielsweise beide nackt im Bett liegt, ohne jetzt an Sexualität erstmal zu denken und einfach nur so kuschelt, das geht auch nicht. Es ist schwierig, sage ich mal. Also mittlerweile geht es am Anfang wirklich ganz schlimm. Es hat sich gebessert, aber es ist auf jeden Fall für sie nicht zu angenehm. Und dann küsst ihr euch? Ja, auf jeden Fall, klar. So mit allem drum und dran? Ja. Nicht nur ein Küsschen auf die Wange, sondern auch ein Zungenkuss? Mhm. Das geht und da hast du... Ja, Zungenküß auch nur bedingt, Marc, also das kann ich jetzt schwer einschätzen, wie es halt ist. Ja, deswegen frage ich, ob sie sich darauf so einlässt oder ob das auch nur so, naja, dass sie es so mitmacht. Also sie lässt sich auf jeden Fall ein darauf und ich denke auch gerne. Sie hatte vorher, du sagst, so ein bisschen, eine bisschen Beziehung, eine kleine Beziehung oder kaum war es vorher. Genau, darüber haben wir auch viel geredet, weil, keine Ahnung, das war auf jeden Fall scheinbar eineinhalb Monate, aber... Und davor war überhaupt gar nichts? Äh, davor war überhaupt gar nichts, genau. Das ist natürlich für dich, finde ich, eine schwierige, eine äußerst schwierige Situation. Ich weiß auf jeden Fall nicht so recht, wie ich damit umgehen soll. Ja, das verstehe ich. Weil sie hat ja wirklich auch Probleme mit ihrem eigenen Körper, also kommt damit. Sie findet ihn auf jeden Fall nicht besonders gut und zeigt sich halt nicht gern. Und ich habe viel mit ihr über ihre Kindheit gesprochen. Da ging es auch um, ja, bei Baden zum Beispiel, sie zeigt sich halt wirklich sehr gerne, also nicht sehr gerne nackt. Nicht sehr gerne nackt. Ja, da kann man natürlich sehr wild spekulieren. Ich glaube auch, dass da ein fundamentales Problem sicherlich vorliegt. Ich glaube, wenn halt die ganze Schwierigkeit nicht gegeben wäre, könnte man wirklich sagen, dass es reine Asexualität ist, einfach, dass da kein Drang ist. Aber solange es ja nicht mit ihrem eigenen Körper da ist, jetzt kann man das Schlechte sagen, ob es jetzt daran liegt oder was überhaupt Asexualität bedeutet, das hat auch ein schwieriges Thema. Hast du mal, ich meine, das ist natürlich immer sehr schwierig und das muss man auch vorsichtig machen, hast du mal so in die Richtung irgendwie ansatzweise gefragt, ob vielleicht früher in der Kindheit mal etwas sehr Schlimmes passiert ist in Sachen Sexualität? Da habe ich sie oft nachgefragt, weil so wie sie sich verhalten hat, dachte ich wirklich, anfangs, sie würde fast vergewaltigt worden sein oder sonstiges. Ich habe da wirklich oft nachgefragt, aber da war halt nichts, weil am Anfang war es wirklich schwierig. Soweit sie das weiß, ne? Was dem Thema näher ging. Ist denn, wie ist denn das Elternhaus von ihr, sind das auch eher Leute, die sehr zurückhaltend sind in Sachen Körperlichkeit, weißt du das? Ich denke ja, auf jeden Fall. Das hat mich auch sehr wundert dort, also das Schlafzimmer, sage ich mal, bleibt immer offen dort stehen. Also ich kann mir nicht forschen, dass da besonders körperlich, ja... Immerhin ist deine Freundin entstanden. Ja, genau. Sie hat auch ein Bruder, ja. Gibt es oder sind sehr strenge, morale, religiöse Gründe vielleicht der Grund? Nein, auf keinen Fall. Auch nicht. Es ist ein sehr offenes Elternhaus, kann man sagen. Die Eltern sind eigentlich auch sehr nett, der Vater vielleicht nicht so dominant, sage ich mal, aber ansonsten... Aber für sie ist ja offensichtlich doch wohl klar, dass das wiederum für dich ein sehr großes Problem ist. Ja, das auf jeden Fall. Und dass man so eigentlich keine Beziehung auf Dauer führen kann in den jungen Jahren, ja auch wenn man älter ist, nicht? Das heißt, irgendwie muss ja... Also die Problematik hat sie sich vor Augen geführt. Jetzt heißt es ja, jetzt muss ja irgendetwas passieren. Ich finde es bloß ein bisschen schade, dass sie da einfach so wenig tut, weil das kommt immer von meiner Seite, sage ich mal, dass ich im Forum was brauchte, was eigentlich nicht viel gebracht hat. Also, aber... Was meinst du mit Forum? Ich habe ein Nachtlager bevor. Ach so, in unserem Fan-Forum, naja, verstehe. Oder die Ex-Freundin dann auch umgestöbert, das war dann noch obendrein komplizierter und, naja, das war jetzt auch meine jetzige Freundin. Ja. Die will auch noch ein bisschen stalken, das ist eine andere Geschichte, ja. Ich glaube, dass man auf Dauer so keine Liebesbeziehung führen kann, wenn man normale Bedürfnisse hat. Und du hast nur normale Bedürfnisse. Als 27-jähriger Kerl möchtest du gerne... Ich denke auf jeden Fall normal, ja. Ja, so. Und dann, das heißt, dass sie eigentlich etwas tun muss. Sie müsste sich erstmal medizinisch komplett durchchecken lassen, aber vermutlich ist es eine sehr tiefe, komplizierte seelische Verknüpfung. Das heißt, sie müsste sich zu einem Therapeuten begeben. Das Problem ist ja, sie war mit 23 ja noch nie beim Frauenarzt. Auch noch nicht. Weil sie sich auch dort traut, herzuzeigen, also dass es keine Chance gab, Mann oder Frau, da hat man auch viel drüber geredet. Ja gut, dann wäre das mal ein Anfang, dass sie sich dazu zwingt, dass sie zumindest zu einer Frauenärztin geht. Aber ich habe mit ihr schon so oft drüber geredet, also... Ja, aber vielleicht musst du ihr wirklich auch das so dramatisch klar machen, dass eure Beziehung daran hängt. Das weiß ich und das ist eigentlich auch schon so oft der Fall daran gewesen, aber ich weiß nicht. Sie hätte wirklich schon viel Stress durch die Union wahrscheinlich und keine Ahnung. Wäre sie denn bereit, zumindest mal zu einer Beratungsstelle zu gehen? Es ist sehr schwierig, weil es eine Fernbeziehung ist und wir sehen uns momentan noch alle zwei Wochen in der Regel. Okay, das ist keine Antwort auf die Frage. Wäre sie bereit, zu einer Beratungsstelle zu gehen? Schwierig. Also ich tendiere eher zu nein, weil ich will sicher nicht mal eingestehen, dass sie überhaupt ein Problem hat. Für sie ist es einfach Normalität. Ja, aber für dich ist es nicht normal und das musst du ja klar machen. Ist das so gravierend? Aber sobald sie das ja verstehen müsste, müsste sie ja wirklich auch verstehen, dass sie in der Hinsicht einfach ein Problem hat. Ist das so gravierend, dass sie sogar vielleicht bereit wäre, eure Beziehung zu opfern? Ich weiß es nicht. Wie äußert sie sich denn? Welche Gefühle hat sie für dich? Ich denke auf jeden Fall, dass sie mich liebt, ja. Und dass sie versucht, daran zu arbeiten, aber nicht richtig, also nicht in den richtigen Wegen. Nicht mal mit fachmännischer Beratung, so wie du das gerade vorgeschlagen hättest. Finde ich, René. Ich finde, letztendlich ist das der einzige Lösungsweg, dass du ihr das klar machen musst. Dass du ihr auch klar machen musst, dass du leidest. Und dass sie zumindest mal den ersten Schritt vielleicht in eine Beratungsstelle versucht zu gehen, um auch mal eine objektive Meinung von einem außenstehenden Fachmann zu hören. Aber ich denke, sie verdrängt das Problem einfach. Das ist das Hauptproblem. Ja, so habe ich das auch gerade verstanden. Aber irgendwann läuft es jetzt alles aufeinander zu und irgendwann wird es eskalieren. Irgendwann geht es nicht mehr. Das musst du ihr klar machen. Das heißt, letztendlich musst du ihr klar machen, wenn sie nichts unternimmt, wird diese Beziehung über kurz oder lang kaputt sein. Und wenn sie dich wirklich liebt und ihr sehr an der Beziehung gelegen ist, dann müsste sie dieses Problem angehen, was sie ja auch für sich dann löst. Obwohl sie es ja gar nicht als Problem für sich sieht. Aber ich finde, es ist schon ein Problem. Also wenn jemand sich schämt, zu einer Frauenärztin zu gehen, das ist schon eine Sache, die man lösen muss, finde ich. Ja, es sind viele psychische Probleme. Wobei man da vieles zurückzuführen könnte. Aber es ist halt wirklich, sie dazu zu bewegen, sage ich mal. Ich habe gut Fände, wenn man eine Telefonnummer hätte, wo sie bei irgendeinem Fachmann erstmal anrufen könnte, zum Beispiel. Die werden wir dir jetzt geben. Jetzt werden wir dir, also du unterhältst dich jetzt noch mit Magdalena, meiner Psychologin. Ja, das wäre die größte Hilfe auf jeden Fall. Und die kann dir noch eine ganze Menge Sachen an die Hand geben. Und dann musst du sie vielleicht auch in gewisser Weise unter Druck setzen. Zumindest musst du sie ihr klar machen, dass es so nicht weitergeht. René, jetzt legst du auf und Magdalena ruft dich an. Ich bedanke mich. Alles Liebe, alles Gute. Ja, danke. Toll, toll für euch beide. Tschüss. Danke, ciao. 0800-220-5050, unsere Telefonnummer, die auch die Isabel gewählt hat. Ja, genau. Hallo, Domian. Isabel ist 22. Ganz genau. Isabel. Und ich wollte mich mit ihr über Männer unterhalten. Über Männer? Ganz genau, über meinen Ex-Freund zum Beispiel. Zum Beispiel mit dem Ex-Freund. Ja, der hat vor 14 Tagen Schluss gemacht per SMS. Wie, vor 17? Nein, vor 14 Tagen. Vor 14 Tagen. Genau. Schluss gemacht per SMS. Das liebe ich ja immer, diese Schluss machen per SMS. Sieben Jahre Beziehung. Nach sieben Jahren? Ja. Macht der Kerl per SMS Schluss? Ja. Das ist ja unfassbar. Es ist nicht nur unfassbar, sondern ich hatte einen Tag vorher auch noch ganz regulären Beischlaf mit ihm. Ganz regulären Beischlaf. Ja, also was man sich jungsmäßig halt, wenn man sich wirklich liebt, auch macht. Also es war guter Sex, den ihr hattet. Ganz genau. Es war kein regulärer Beischlaf, sondern guter Sex. Ganz genau. Der trotz der sieben Jahre Beziehung immer noch gut war. Ja, natürlich. Ja. Wir haben alles gemacht. Wir haben uns ausgelebt. Und er war halt häufig bei mir. Wir haben getrennte Wohnungen. Und ja, das Problem, denke ich mir, ist, dass er mit seinem Leben nicht klargekommen ist. Wie alt ist er? 33, jetzt. Also wir haben uns, er war 26, ich war knappe 16, habe ihn damals kennengelernt. Aber du bist jetzt 27? Ach nee, 22. Ach, 22. Ja, stimmt. Ja, ja. Ich bin elf Jahre und so. Ja, ja. Was hat er denn in die SMS reingeschrieben? Warum? Na, er hat in die SMS reingeschrieben, dass unsere Beziehung am Ende wäre. Und er hätte jetzt das gefunden, was er schon immer gesucht hat. Oh, eine andere Frau. Habe ich auch gedacht. Ja, natürlich. Und ich habe ja natürlich erst mal, das war morgens um halb vier, da habe ich geschlafen. Ich habe es halt dann erst früh gelesen, was er mir geschrieben hat. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Entschuldigung, wenn du das weitererzählst. Du hast vorher das Gefühl gehabt, das ist alles normal. Ja, natürlich. Moment, und dann wachst du morgens auf und guckst auf dein Handy. Und dann liest du so eine Mail. Das musste ich doch umgeschossen haben, das Ganze. Also das Erste, was ich gemacht habe, ich habe meine beste Freundin angerufen und ich bin erst mal zusammengebrochen. Und weil ich habe das nicht verstanden. Für mich ist er selbst zusammengebrochen. Er wollte Kinder mit mir, alles. Aber erzähl doch noch weiter, was in der SMS drin stand. Also er hätte jetzt das gefunden. Ja, er ist wirklich detailliert drin. Unsere Beziehung wäre am Ende. Und er hätte das gefunden, was er schon immer gesucht hat. Ich muss dazu sagen, er kommt aus der Gastronomie. Und hat es natürlich dann dementsprechend, trinkt auch gerne mal einen. Also nicht übermäßig, aber eben so, sage ich mal, in seiner Art und Weise. Okay. Und hat eben dann auch noch eine Feier gehabt. Was stand dir noch in der SMS drin? Ich habe das gefunden, was ich gefunden habe. Was ich gesucht habe. Was ich schon immer gesucht habe. Und ich habe nie verstanden, was er... Und das war es dann in der SMS? Ja, genau. Und tschüss. Und tschüss. Und am nächsten Tag hat er mich halt versucht, dann gleich zweimal anzurufen. Hat mir halt SMS geschrieben. Von wegen, wir möchten doch bitte den Schlüssel tauschen. Und das soll doch nicht so enden. Und wir können doch Freunde bleiben. Nach den letzten Jahren. Weißt du denn heute, was der Grund ist? Also ich war dann bei ihm, habe natürlich meine Sachen abgeholt. Wir wollten uns ja was zusammen aufbauen. Ich hatte schon einiges besucht für die Wohnung, was wir jetzt machen wollten. Aber es waren noch getrennte Wohnungen, ne? Es waren noch getrennte Wohnungen, ganz genau. Das war für ihn auch immer, sage ich mal, ganz praktisch. Man konnte ja nach Hause mal fahren und vom Dienst. Also, was glaubst du heute, was ist der Grund? Ich persönlich, ich denke mal, er hat mir dann erklärt, er hätte seine große Liebe schon vor 18 Jahren an der Bushaltestelle verloren, die damals gegangen wäre, einfach von heute auf morgen. Vor 18 Jahren? Wie vor 18 Jahren? Da war er ja 12. Ne, vor 18 Jahren. Wenn er jetzt 30 ist, dann war er 12. Der ist 33. Na gut. Achso, naja, okay. Also in der Lehrzeit, so wie gesagt, hat er mir dann so erklären wollen. Und ich denke mal, er hat mir gesagt, er würde mich schon seit zweieinhalb Jahren halt nicht mehr lieben und so weiter und so fort. Und ich habe das einfach nie geglaubt. Und ich denke mir auch heute vom Sinn her, was ich jetzt mir so die letzten 14 Tage auch mal durch den Kopf gehen lassen habe, dass er einfach mit seinem Leben nicht klargekommen ist und das auch nie wird. Ich habe auch zu ihm gesagt, was suchst du denn dann genau? Ja, Moment mal, ist denn jetzt da nur eine neue Frau? Nein, ich habe mich jetzt auch nochmal bei ihm gemeldet und habe halt gesagt, ich habe noch was gesucht von mir und habe halt gefragt, ob er das noch bei sich hat. Und dadurch habe ich ihm halt gefragt, ich wusste ja nicht, ob ich dich störe, habe ich zu ihm gesagt, ob du eine neue Freundin hast, das kann ich ja noch nicht einschätzen. Und er hat gesagt, nein, und er wäre nicht und so weiter und so fort. Ist der junge Mann vielleicht ein bisschen durch den Wind, wenn er einmal so sagt und einmal so sagt? Ja, ich denke mir auch, er wird in drei oder vier Monaten irgendwann nochmal vor der Türe stehen. Aber im Moment ist er ganz klar, er will nicht. Ist er ganz klar auf dem Standpunkt, ich lebe jetzt meine Freiheit auch und ich bin halt so und ich bin doch ein Arschloch und ein Schwein, hat er zu mir gesagt. Also er. Eher, nicht du. Ja, nee, nee. Also dieses Selbstmitleid und so weiter. Aber das ist natürlich wirklich eine harte Sache, wenn man nach sieben Jahren so einen vor dem Bug geschossen bekommt, dann ist man schon sehr verletzt. Ja, ich habe den Mann natürlich auch geliebt, das war mein erster Mann und am Ende habe ich den geliebt und wenn ich wirklich liebe, dann liebe ich auch. So, wie stehst du da nach zwei, zwei Wochen sind das jetzt her, sagst du 14 Tage, wie fühlst du dich? Schlecht. Ich habe natürlich dann auch, bin natürlich ausgegangen, mit Freunden ausgegangen und habe natürlich dann auch andere Männer kennengelernt und ich muss mal sagen, ich habe auch in den sieben Jahren immer Männer kennengelernt, aber ich muss sagen, es war nie der dabei, wo ich gesagt hätte, es hätte sich irgendwie gelohnt, mein, sag ich mal, Freund, ich habe immer mein Vater. Naja, sagen wir mal so, in zwei Wochen, wenn du jetzt gerade zwei Wochen Zeit hast, so schnell lernt man natürlich auch wieder nicht gleich einen neuen Kern. Nee, das ist natürlich klar, aber man versucht sich eben abzulenken. Ja, das ist auch gut so, finde ich auch völlig in Ordnung. Mit der Verletzung muss man ja auch erstmal umgehen. Willst du denn jetzt irgendwie nochmal irgendwelche Anläufe unternehmen, ihn zurückzugewinnen? Ja, meins ist eigentlich, dass ich hätte gerne mit ihm über alles nochmal geredet und auch ausführlich und ich möchte die Sache einfach verstehen und ich habe sie halt nie verstehen können. Das verstehe ich. Isabel, ich glaube, das ist das ganz große Problem für alle Leute, die so spontan verlassen wurden, ohne dass man geredet hat. Ich wäre auch nicht dran schuld, hat er gesagt. Das ist ja noch die größte Krönung. Es wäre lege an ihm, er käme halt mit sich und seinem Leben nicht klar. Bloß ich habe gesagt, was ist denn, wenn ich Kinder gekriegt hätte? Da hat er zu mir gesagt, ich hätte es dann genauso gemacht. Und da habe ich gesagt, das ist genauso. Weißt du, was du gemacht hast, habe ich gesagt. Es ist wie, wenn man Zigaretten holt und nie mehr wiederkommt. So ist das. Ja, aber das ist müßig, jetzt darüber zu reden, was wäre, wenn und wenn wir Kinder hätten und so. Ich verstehe dich. Du bist halt grundverletzt und da ist man halt auch wirklich dann, dann denkt man sich die verrücktesten Sachen aus. Ich glaube ja auch, so wie du es mir geschildert hast, dass es ganz schlau wäre, erst mal nichts zu machen. Ich habe mich jetzt auch nicht weiter gemeldet. Ich habe halt nur noch mal wegen meiner Sache nachgefragt. Ich habe halt noch was zu meinem Computer gebraucht, was er noch hat. Und er sagt halt, ja, ich bringe das gerne mal vorbei und das ist gar kein Problem. Was ist denn jetzt stärker? Ist der Zorn auf ihn stärker oder immer noch die Liebe? Naja, ich liebe ihn wirklich immer noch von Herzen, aber ich bin so enttäuscht und auch verletzt, dass ich denke, dass das auch nie wieder was werden würde. Dass ich um mich selber eingestehen muss. Ich habe da auch Fehler gemacht. Ich habe ihm zu viele Freiheiten gelassen und ich könnte ihn aber auch nie einsperren. Und das will ich auch nicht. Naja, nur gut viele Freiheiten gelassen. Das habe ich von meiner Freundin erfahren, von meiner Besten. Dass er halt, er hat halt so Busy-Bilder, hat sie gemacht und sie weiß aber nicht eben, was später gelaufen ist. Und da habe ich ihm halt genau so was gezogen. Wenn so etwas passiert, muss man sich ja auch immer an die eigene Nase fassen. Jetzt in deinem Fall, du auch. Habe ich Dinge nicht genau beobachtet? War ich unaufmerksam? Denn so etwas zeichnet sich schon immer vorher ab, wenn ein Mensch sich von jemandem abwendet allmählich. Man sieht es, man will es manchmal gar nicht sehen und man schiebt es zur Seite und dann ist es irgendwann passiert. Das habe ich mir auch überlegt. Er hat halt auch ziemliches Desinteresse teilweise gezeigt. Was ich jetzt im Nachhinein als Desinteresse betrachte. Er hat mir zwar zugehört und mir auch versucht, immer einen Rat zu geben. Aber dieses selber auch von sich preisgeben, wie man das eben in einer richtigen Beziehung macht. Oder auch gemeinsame Freundschaften pflegen. Er hat mich im Endeffekt auch relativ versteckt. Weil ich bin nicht seine Traumfrau. Ich bin nicht 90, 60, 90. Aber auch sowas kann sich natürlich irgendwann erschöpfen. Und dann ist die Traumfrau nicht mehr die Traumfrau. Isabel, ich würde auch sagen, dass du erstmal nichts machst und dich sehr zurückziehst. Und mal gucken, wie sich das bei dir entwickelt. Und lenke dich gut ab. Ablenken ist immer eine gute Sache. Ich bin nicht weit im Urlaub. Ja, das ist eine schlaue Entscheidung. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub und alles Gute, Isabel. Danke dir. Ja, alles Gute. Ciao. Felix, guten Morgen. Felix. Ja, du mir. Ja. Morgen. Morgen, 20. Ja, richtig. Wie geht es? Danke. Und dir? Ja, muss. So. Ja, ich möchte mit dir über The Next Uri Geller sprechen. Ach, du lieber Himmel. Ja. Ich habe nur eine Folge gesehen. Eine Folge nur? Ja, die erste Folge. Die habe ich verpasst. Und dann hat es mir in gewisser Weise gereicht. Aber du bist offensichtlich ein Fachmann. Ja, was heißt Fachmann? Ich habe die allererste Folge verpasst, aber ab der zweiten, sage ich mal, geguckt. Und ja, ich gucke da jetzt, sage ich mal, also mir gefällt die Sendung schon so. Also es ist nicht so, dass es langweilig ist. Nur ich bin da halt kritisch gegenüber, wie die das darstellen. Und sage ich jetzt mal, wenn die da sagen, zu den Prominenten sind ja immer drei Prominente da. Ja. Und auch noch dahinter immer, da waren Anwälte, Ärzte, Polizisten immer irgendwie dahinter so als... Als Jury, ne? Sitzen die ja quasi. Ja, parteiische, genau. Und was denken Sie dazu? Oder sind die immer völlig baff? Und es ist alles ausgeschlossen, ne? An... Ja, richtig. Aber ich weiß es nicht. Also ich meine, das kann ja, das können die mir viel erzählen, das kann ja auch trotzdem alles so perfekt gestellt sein und die Leute denken dann, oh, ne? Also, dass das einfach nur so ein Publikumsmagnet ist. Finde ich ja jetzt auch nicht schlecht, die, ne? Aber... Ja. Also, die Grund... Das sind ja meiner Meinung nach eigentlich größtenteils nur so Zaubertricks, die da vorgesehen. Das kann, ist ein, sage ich jetzt mal, von einem guten Zauberer auch in dem sein Repertoire drin. Finde ich interessant, dass du das auch so siehst. Nämlich genauso habe ich es auch gesehen. Ich fand, das waren teilweise super Tricks, die die vorgeführt haben. Ja. Ich fühlte mich da nur verarscht, wenn die mir da mit ihrem Mentalistenkram ankommen, als sei das irgendeine übernatürliche Kraft, die sie dazu befähigt. Ja. Das halte ich auch für Unsinn. Und, ja gut, ich jetzt selber bin da so gar nicht für. Ich meine, die können mich ja verblüffen, so Verblüffungstricks, ne? Es gibt ganz tolle Tricks, wo man natürlich davor steht und denkt, boah, Wahnsinn, ne? Ja, richtig. Ja, und meine Mutter, die geht da voll drauf ab, ne? Ja, die ist so esoterisch angehaucht, die sagt immer, ah, guck mal, die haben das und das gemacht. Ich denke, ja, Mutter, ist in Ordnung. Hat denn die Mama auch einen Löffel auf den Fernseher gelegt? Ach, ne, die kennt sich mit Technik so gar nicht aus, so, oder? Ne, 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 ne. Ach so, ja, ich dachte, du meinst jetzt so Videos machen davon, oder? Ne, 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 hat's ja auch nicht gemacht. Aber was, ich hab, pass auf, die kam zurück, ich hatte hier so einen Löffel mit der Hand verbogen, hab gesagt, Mutter, guck mal, die hat die Augen aufgerissen und da hab ich dann gesagt, ne, ne, keine Angst, ne, das hab ich gemacht, ne? Der alte Trick ist ja bei dem Uri Geller, dass man einen Löffel auf einen Fernseher legen soll und dann soll man irgendwie eins, zwei, drei auf Hebräisch rufen oder weiß ich was und dann soll angeblich der Löffel von, ich guck jetzt grad hier hin, weil hier ein Apparat steht, und dann soll angeblich der Löffel darunter fliegen. Richtig, ja. Ich hab meinen Löffel natürlich auch auf den Fernseher gelegt und mein Weltbild wäre ins Wanken gekommen, wenn der Löffel darunter geflogen wäre, aber er flog nicht runter, er liegt immer noch da. Ja, das ist ja auch seine Sicherheit, der sagt ja auch immer, es kann nur passieren, denn es muss nicht, er gibt ja nie eine Versicherung, dass es auch wirklich passiert, egal was er macht, mit Tische, Rücken, er sagt ja immer, es kann nur passieren. Ja, aber verrückt finde ich schon immer, dass er, auch bei Stern TV oder so immer, wo der auftritt, so viele Leute anrufen und die sagen, ja, bei mir ist der Löffel runtergeflogen. Ja. Da können doch nicht alle, alle spinnen, die Leute. Ich weiß es nicht, also es gibt ja auch viele, die haben jetzt bei Senex-Uri Geller, machen die immer die Einblendung, die Leute können Videos hinschicken, Handy-Videos, egal wovon, ne? Ja, gut, da würde ich auch nicht so glauben. Ja, richtig so. Also, aber was ich jetzt auch im Internet, ich hatte mich im Internet erkundigt auch ein bisschen und da stand, dass mal ein, ich weiß den Namen jetzt nicht, das ist wohl so ein bekannter Typ aus Amerika, der solche Sachen auch, der ist ein richtiger Zweifler, ne? Der hatte den Uri Geller auch mal eingeladen zu sich in eine Sendung und hatte auch ein ganzes Tablett mit Löffeln bereitgestellt und hat den Geller aber nicht da angelassen, der durfte die Löffel nicht anpacken, gar nichts, ne? So, und dann hat er den live in der Sendung aufgefordert, mach mal einen Löffel hier biegen und dann sagte der Geller, ja, meine Kraft funktioniert nicht. Ah, ja. So, das hatte ich gelesen und da, ne, da kann man auch denken, dass er sich vielleicht vorher irgendwie sich an den Löffel zu schaffen macht. Vielleicht. Vielleicht, ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Er ist mir auch irgendwie dubios, er ist mir zu sehr Showman. Das ist alles so inszeniert, wie der spricht und wie er sich bewegt und wie er lacht und also ich, bei mir, ich bin ja nur auf Skepsis eingeschaltet, wenn ich ihn sehe. Ja. Ja. Also, dass er das richtig so jetzt einkoreografiert hat, meinst du jetzt? Ja, irgendwie so, ja. Ja. Ich meine, er ist ja gut im Geschäft, er ist ja lange, seit Jahrzehnten macht er das ja schon. Sag mal, wenn du, wenn du das so oft siehst, Anni, die erste Folge hast du nicht gesehen. Die allererste habe ich nicht gesehen. In der allerersten war so ein ganz mystisch aussehender Mann mit einem Raben. Gibt es den noch? Gibt es den noch? Der ist noch da, ja. Der hat, jetzt pass auf, in der letzten Sendung hat er einen Tisch, so einen alten Maragoni-Tisch, runder Tisch, unten ging eine Säule runter und dann unten halt so vier abspreizende Füße, sag ich mal. Ja. Da hat er den Tisch zum Bluten gebracht. Oh. Weißes Tuch da drauf, mit dem Tuch da rüber. Oh la la. Und dann hat er ja immer seine interessante Geschichte dazu erzählt, dass ein Tisch wäre aus dem alten Geisterhaus und dann auf dem Tisch, da hatte irgendwie ein Vater seine Tochter geköpft und hat den blutenden Kopf auf den Tisch gestellt und daher kommt immer noch Blut raus. So eine ganz, ich hab, da hab ich mich wirklich weggeworfen. Da hab ich gedacht, so was kann das nicht sein. Da wär ja interessant, wenn jemand mal eine Probe von diesem Blut nehme und das in ein Labor gebe. Genau, genau das, ne, der meinte nämlich noch, ihr könnt da Blut untersuchen lassen. Aha. Da meinte der Moderator, ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, der meinte, das machen wir, aber wenn die jetzt wirklich bei der nächsten Sendung, nächsten Dienstag kommen wir wieder, wenn die da wirklich jetzt nochmal drauf eingehen und sagen, da Blut war echt, dann ist das entweder richtig gefakt. Ja, also in der Sendung werden sie natürlich sagen, das war echt, das müsste jetzt ein unabhängiges Labor machen, ne? Ja, ach, ich weiß das nicht, aber ich hab mir jetzt ja auch, da sind ja mehrere Tricks auch gewesen in den ganzen Sendungen und ich hab... Weißt du, was ich völlig albern fand, diese beiden aus, ich glaub aus Berlin kommen die, wo die eine Frau, also sie hat die Augen verbunden, steht auf der Bühne und er geht dann ins Publikum und nimmt den Leuten, weiß ich, eine Uhr ab und dann muss sie sagen, was er in der Hand hat und dann klingt das immer so, als wäre sie kurz vor einem Orgasmus. Ah, ich weiß es nicht, es könnte vielleicht, ah, eine Uhr sein. Ja, genau, das hab ich im Internet gesehen, da gab's da ein paar Ausschnitte, das hab ich so was, ich hab jetzt nicht die ganze Sendung, die erste hab ich ja ganz verpasst, aber ich hab halt ein paar Ausschnitte gesehen und ja, die zwei, das war ja auch, weiß ich nicht, die sind ja nachher auch rausgeflogen, die hatten ja auch so einen Revolvertrick gemacht, ne, mit vier geladenen Revolvern, äh, nee, drei, so vier, insgesamt vier Revolver, drei waren geladen und da sollte sie halt mit verbundenen Augen rausfinden, welche sind sicher, also welcher ist sicher und welche sind geladen, so war das. Und, äh, da hat auch, da, das hatte ich vorher gar nicht gesehen, das ist ganz normal vorbeigegangen, da hab ich nachher mal bei TV Total geguckt. Genau, bei Chef von Raab hab ich's auch gesehen. Da hat der Raab das gezeigt, weil ich denk, boah, das war ja jetzt doch offensichtlich, jetzt wurde ein Nachhinein so, da hab ich, da hab ich ja gar nicht gesehen. Also, ich, ich würde sagen, wir sehen das Ganze einfach als, 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 als Unterhaltungsshow, mit guten Tricks und mehr ist es auch nicht. Der Unterhaltungsfaktor ist wirklich gut, aber was ich schade fand bei der letzten Sendung ist der, der wirklich, sag ich mal, ohne Tricks gearbeitet hat, der ist rausgeflogen. Kann ich leider nichts zu sagen, das hab ich nicht gesehen. Ja, pass auf, das ist auch einfach zu erklären, der Detlef, die so ist, der sollte, der hat, also der, der, der Magier da, der hatte sich abgewendet, also war eigentlich kein Magier, das ist einer, der hat hat, äh, praktisch, der war früher irgendwie bei der Polizei beschäftigt und hat da so für irgendwelche Verbrecher, ähm, hat da so Psycho-Dingens gemacht, ne. Und der hat sich abgewendet und dann lagen da fünf Waffen auf dem, auf dem Tisch. Also ein Stromschocker, eine, eine Knarre, ein Messer, Gift und noch irgendwas. Und der Detlef sollte, äh, sich immer einen Gegenstand rausnehmen und sich das entweder, der hat Magier dann gesagt, wo, wo, wo der das hinstecken soll, in die linke Hosentasche, in die Rückentasche, in die, in die Seitentasche vom Jackett. So, und dann wollte er halt erraten, welches, welches, welches Teil hat der als erstes genommen, ne. Und dachte, er hätte dann halt damit sein Täterprofil, in dem Sinne, ne. Er wüsste, welcher Typ, äh, der Detlef ist und welche Waffe er als erstes greift. Achso, gut, aufgrund seiner, der psychologischen Einschätzung, so. Ja, ob der jetzt zuerst die Waffe greift oder ob der jetzt zuerst das Gift greift und so. Da hat er sich ja bei den ersten beiden Sachen vertan. Der hat gesagt, äh, der hat zuerst, äh, weiß ich nicht genau, ob der den, irgendwie den Revolver gegriffen und dabei hat er zuerst das Gift gegriffen und so, ne. Aber das war ja wirklich jetzt mal kein Trick, der hat einfach nur versucht, psychologisch irgendwie... Verstehe, das ist ja schon interessant, ne. Aber er wurde rausgewählt. Ja, so ist es, so ist es, so sind diese Shows. Felix, war nett mit dir, geplaudert zu haben. Ja, auch mit dir, deine Sendung übrigens, ne. Ich guck dich jetzt, also passt immer. Echt? Ich hab jetzt ein bisschen Zeit. So spät in der Nacht immer. So spät in der Nacht, ja. Ich hab mal ein bisschen meinen Zyklus umgestellt, dafür spenn ich morgens länger. Ne, aber mach weiter so, ne. Danke dir, Felix, alles Gute. Tschö. Tschö. Und jetzt kommt, frage ich meine Regie. Und die Regie sagt zu mir, Sven, Sven ist 23, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sven. Und was geht's denn bei dir? Ähm, ich hab ein Problem, und zwar, ich bin 23, wie du gerade schon sagtest. Ja. Und, äh, ja, ich bin seit fünf Jahren mit meiner Freundin zusammen. Ja. Ja, und ich hab noch nicht einmal mit ihr geschlafen. Seit fünf Jahren? Ja, seit ich acht bin. Wie alt ist deine Freundin? 22. 22? Ja. Hattet ihr überhaupt keinen Sex in den fünf Jahren? Ne, nicht einmal. Also, auch nicht so ein bisschen rumfummeln und rumspielen? Ja, mehr oder weniger. Also, es war mal so ein bisschen so, so ein, aber es war dann, ich hab dann eher so einen Rückzieher gemacht. Also, so Petting-mäßig lief auch nix? Ne, eher nicht. Das heißt, du hast, in Anwesenheit deiner Freundin noch keinen Orgasmus gehabt? Ne. Also, wir sind beide noch Jungfrau. Ja. Wie kommt denn das? Ja, ich hab irgendwie so Angst davor, dass ich irgendwie was falsch mach, oder? Aber ich meine, fünf Jahre ist ja nur eine unfassbar lange Zeit. Wir reden ja nicht von fünf Monaten. Ja. Ja, also wir führen auf jeden Fall eine offene Beziehung. Was heißt das? Ja, so, dass wir eigentlich so, ja, wie soll ich das beschreiben? Na, offen heißt, dass man fremdgehen kann. Ja, wir reden eigentlich über alles. Aber wenn wir auf das Thema zu sprechen kommen, dann bin ich eher derjenige, der dann den Rückzieher macht. Aber, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, du hast auch nichts mit anderen Frauen, oder doch? Ne, ne, das auf jeden Fall nicht. Sie auch nicht mit anderen Männern? Ne, auch nicht. Also, ich weiß, aber da bin ich mir hundertprozentig eigentlich sicher. Hast du denn nicht das Bedürfnis nach Sex? Doch, das schon. Also, ich hab das Bedürfnis auf jeden Fall. Aber ich hab auf jeden Fall Angst davor, sodass ich irgendwie was falsch mach. Was konnte ich? Das Bedürfnis hab ich oft. Hast du denn, aber du befriedigst dich selbst schon ein Jahr? Ja. Ja. Das ist ja nichts Schlimmes. Du sagst das so zurückgenommen. Ja. Das ist doch okay. Macht sie das auch? Weiß ich nicht. Frag sie doch mal. In meiner Gegenwart nicht. Ne, das ist mir schon klar, wie du es gerade geschildert hast. Aber frag sie doch mal, ob sie das macht, wenn sie alleine ist. Ja, aber dann kommen wir wieder auf das Thema zu sprechen und da weiß ich nicht, wie ich da wieder reagieren soll. Vor was hast du denn Angst genau? Ja, dass ich irgendwie was falsch mach oder dass ihr das nicht gefällt, was ich dann mach und wie ich dann überhaupt der Anfang allein da... Ja, aber ihr habt doch beide, ihr habt doch im Prinzip gute Grundvoraussetzungen. Ihr seid beide unerfahren. Das heißt, da kann man sich doch zusammen rantasten, ganz vorsichtig und kann so ein bisschen immer so ein bisschen ausprobieren, was einem gefällt und was einen anmacht. Du hast doch deine Gedanken auch sicherlich, was dich so interessiert sexuell. Ja. Guckst du Pornos? Ja. Weißt du das? Nein, also sie hat einmal einen gesehen, aber ich habe es dann gesagt, er gehörte meinem Freund oder so was. Also da hast du so eine richtige Parallelwelt, ne? Ja. In der du dich da so auslebst und das mit deiner Freundin nicht machen kannst. Ja, und wir sind jetzt seit einem halben Jahr verlobt, wollen im Sommer heiraten. Ihr wollt auch heiraten? Ja. Warum? Ja, weil wir uns einfach lieben. Wir haben auch eine Wohnung zusammen seit zweieinhalb Jahren. Wir wohnen also zusammen, ja. Und ich habe es bis jetzt immer so auf die Hochzeit verschoben, dass ich erst nach der Hochzeit möchte. Also Sven, ich will dir mal ganz spontan sagen, solange diese Sache nicht geregelt ist oder klar ist oder gelöst ist, würde ich von einer Heirat aber dringend abraten. Hab nicht die Illusion, dass durch eine Heirat dieses Problem für euch gelöst wird. Hundertprozentig nicht. Es scheint irgendetwas ganz Kompliziertes zu sein, wenn ihr beide so sehr gehemmt seid, was ihr gar nicht alleine schafft, da rauszukommen. Das schafft ihr nur mit einem guten Sexualberater und Sexualtherapeuten. Und wo kann man sich so eine Beratung einholen? Wo man das kann? Ja. Ja, das werden wir dir gleich gerne sagen. Wärst du denn bereit, sowas zu machen, nach außen zu gehen? Ja, ich auf jeden Fall schon, aber ich weiß ja nicht, ob dann meine Freundin dafür bereit ist. Aber wie hältst du das denn überhaupt aus? Mensch, du hast eine feste Freundin seit fünf Jahren und hast mit der keinen Sex. Ja, ist schwer auszuhalten. Das hat sich jetzt schon so richtig eingeschliffen, dieses... Du hast ja deine Onanie-Welten, sie vielleicht gar nichts und ihr lebt so wie Bruder und Schwester zusammen. Ja. Ja, ich meine, so ist das natürlich auch schön. Wir machen sehr viel zusammen und so. Wir verbringen eine Menge Zeit. Aber halt, das ist halt das Einzige, was fehlt. Also im Prinzip wie gute Freunde, so richtig? Ja. Geht ihr denn zärtlich miteinander um? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja gerade am Anfang schon mal so einen ähnlichen Fall. Wie weit geht es denn erotisch bei euch? Streicheln und Küssen, funktioniert das? Ja, Streicheln und Küssen funktioniert. Aber sobald es so bei mir im Genitalbereich geht, dann mache ich eher den Rückzieher und sage, ich bin müde. Oder... Warum? Zum Beispiel, jetzt konkret an diesem Beispiel, wenn sie von sich aus sogar dir in diesen Bereich hinein fasst oder dich streichen will, dann machst du den Rückzieher. Warum? Ja, also ich komme... Wie soll ich das beschreiben, Domian? Das ist... Schämst du dich? Ja. Warum? Ja. Hat sie dich schon mal nackt gesehen? Nein. In fünf Jahren hat sie mich nicht einmal nackt gesehen. Hast du sie schon mal nackt gesehen? Ja. Warum schämst du dich, wenn sie dich nackt sehen würde? Ja, keine Ahnung. Denk mal nach. Das hat ja einen Grund. Vielleicht können sich den einige Männer denken, den Grund. Also ich habe nicht gerade das größte Glied. Ach so. Wie groß ist es denn? Im irrigierten Zustand? Im irrigierten so 13 bis 14. Naja. Naja, das ist doch noch okay. Da lass dich mal nicht verführen von dem, was du in den Pornos siehst. Mit diesen großen Ausführungen. 13, 14 ist schon... Das ist schon noch okay. Da musst du dich nicht schämen. Wirklich nicht. Stimmt das, 13, 14? Ja. So normal geformt? Ja. So eigentlich ganz normal, aber... Also ich weiß nicht. Ich meine, es ist irgendwie zu klein und ich weiß ja nicht, wie es dann bei ihr rüberkommt. Na, also sie hat ja... Weißt du, wenn sie jetzt schon mit 50 Männern geschlafen hätte. Aber sie hat ja eben auch noch keine Erfahrung. Das heißt, ihr geht zusammen auf dieses Neuland. Und dann wird sie nicht zurückschrecken, nur weil dein Penis nicht gerade so groß ist, sondern eher so im unteren Normbereich liegt. Aber noch immer im Normbereich. Also wenn das wirklich der Einzelgrund ist, weswegen du da dann zurückschreckst, da geht doch mal... Brich doch mal einfach deine eigene Schamschwelle und Hose runter und los geht's. Ja, aber jetzt so nach fünf Jahren, wie macht man da den Startschluss? Ja, da hast du recht. Nach fünf Jahren ist das in der Tat wirklich schwierig, da die eingefahrenen Wege zu verlassen. Wie kam es denn, dass du sie schon mal nackt gesehen hast? Ja, also wir haben Toilette und Badezimmer in einem. Und auf jeden Fall, ich musste auf Toilette und wusste aber nicht, dass sie gerade baden ist. Ja, dann bin ich reingegangen und sie schließt mich ab. Ja, und dann hab ich halt nackt gesehen. Dann hab ich gesagt, Entschuldigung, und dann hat sie gesagt, wie, komm da ruhig rein. Und dann bin ich reingegangen. Also hört sich das schon so an, dass wäre sie diejenige, die schon ein bisschen fordern da? Oder sie macht die Offerten? Ja, auf jeden Fall. Also sie ist auch total offen und so. Sie läuft auch manchmal, also wenn sie morgens aufsteht oder so, dann zieht sie sich auch vor mir um. Ich bin dann zwar nur am Schlafen oder so, oder sie denkt, ich bin am Schlafen, zieht sich dann vor mir um, ja. Findest du sie denn sexuell attraktiv? Ja, auf jeden Fall. Ja, also sie hat schon einen schönen Körper und der macht dich auch an? Ja. Kann das sein, dass das Hauptproblem bei dir liegt und nicht bei ihr? Ja, auf jeden Fall. Also das Problem liegt auf jeden Fall bei mir. Na, weil du gerade sagtest, du wärst nicht sicher, ob sie mit zu einer solchen Beratungsstelle gehen würde. Ja, vielleicht, weil sie, so in der Öffentlichkeit ist sie nicht offen über das, aber unter uns ist sie offen. Könntest du ja vielleicht auch alleine erstmal gehen zu einem Berater? Ohne ihr das zu sagen, oder? Nö, ihr das durchaus zu sagen. Nein, nein, keine Geheimnisse, keine Geheimniskrimerei. Also wenn du jetzt sogar den Eindruck auch hast, dass du der Bremser bist, dann wäre der Weg ja auch okay, dass du vielleicht da erstmal so ein bisschen das aufarbeiten kannst mit einem Fachmann. Hat sie denn schon mal irgendwie ein bisschen mehr Druck auf dich ausgeübt und hat gesagt, nun komm, lass es uns versuchen? Oder vielleicht am Anfang, hat sie das am Anfang mal versucht? Na, Anfangs war eher so, die Schüchterne. Also wir haben uns kennengelernt in der Diskothek. Also das war ein Diskothekbesuch, den wir beide hatten. Also nicht beide hatten, durch einen Freund habe ich sie kennengelernt. Ein Freund von mir ist mit ihr zur Diskothek gegangen. Ja, und dann hinterher haben wir uns so kennengelernt und so. Und ich hatte einen Führerschein, habe an dem Abend nichts getrunken gehabt und habe dann gesagt, ja, fahre ich euch nach Hause. Habe ich sie nach Hause gefahren, habe meinen Kollegen nach Hause gefahren. Ja. Ja, und einen Tag später haben die drei uns wieder getroffen. Und so fing es an? Ja, so fing das dann an. Irgendwann kamen wir dann zusammen. Ja, und anfangs war sie dann eher die Schüchterne. Und ich habe dann eher so, ja, dann fing ich direkt an mit Küssen und Streichen und so. Aber wo ich dann merkte, sie geht jetzt weiter schon, dann war bei mir halt die Schranke da. Kann es, ich bringe es jetzt nochmal auf den Punkt, kann es sein, dass es ausschließlich daran liegt, dass du dich wegen deines Penis schämst? Auch, ja. Auch? Ja, also, das ist natürlich auch die Angst, dass ich irgendwas auch falsch machen könnte. Oder ihr wehtue, oder... Ja gut, aber da habe ich ja gerade gesagt, da könnt ihr beide euch ja vorsichtig rantasten. Ja. Also, mit wem hast du darüber schon gesprochen? Mit gar keinem, außer mit dir und gerade. Du hast fünf Jahre mit keinem darüber geredet? Ja. Dann finde ich es gut, dass du angerufen hast, Sven. Weil ich finde, da muss jetzt ein bisschen Wind in die ganze Angelegenheit. Da muss was passieren. Das ist doch, was ihr versäumt alles. Was für einen Spaß ihr auch miteinander versäumt. Und auch dadurch, wenn ihr gute Sexualität miteinander leben könnt, wird eure Beziehung natürlich auch noch inniger und kriegt noch ganz andere Facetten. Also, du kriegst jetzt erstmal von meiner Psychologin die ein oder andere Beratungsstelle an die Hand. Und dann kannst du mal überlegen, ob du erstmal alleine gehst oder du kannst es ja mit deiner Freundin auch beraten. Mach einfach mal jetzt so eine Zäsur. Sag zu ihr, es muss jetzt was passieren. Du kannst zu ihr ja auch sagen, dass du den Eindruck hast, dass es hauptsächlich an dir liegt. Vielleicht entkampft sie das dann auch ein wenig und nimmt den Druck von ihr. Aber es muss was geschehen. Ja. Ja? Lieber Sven, dann legst du auf, Magdalena ruft dich an und dann kriegst du alles Nötige. Okay, danke schön, Dona. Alles Gute wünsche ich euch beiden. Tschüss. Andreas, 27, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Andreas. Um was geht es? Ja, bei mir geht es darum, also folgendes, ich habe einen Fußfetisch für mich selbst entdeckt. Und zwar geht es darum, dass ich die Nägel bei mir selbst lackiere. Ich habe das akustisch jetzt nicht verstanden. Du hast einen Fußfetisch. Genau. Einen Fußfetisch entdeckt. Aha. An dir selbst. Genau, und das Ding ist, ich lackiere auch bei mir selbst die Nägel, von Rot bis zu French und alles Mögliche. Aber das läuft bisher alles ziemlich geheimnisvoll ab. So, das weiß also keiner, dass du dir selbst die Nägel lackierst. Und das heißt, du gehst nie mal so ins Schwimmbad oder? Nee, also ich und meine Freundin, wir sehen das beide eigentlich so aus. Achso, die Freundin, es gibt eine Freundin. Ja, genau. Und die weiß Bescheid? Ja, das machen wir gegenseitig. Ist das ein Fetisch, dass du deine eigenen Füße geil findest? Im lackierten Zustand muss ich sagen, doch schon, ja. Doch schon. Also weniger die Füße deiner Freundin als deine eigenen? Doch, die machen mich genauso an, muss ich schon sagen. Ach. Zudem mache ich das halt auch bei mir selber drauf. Mhm. Als kein Bonus. Ja. Ja, und bisher halt, ja, wir haben schon, bis zum Schwimmbad bin ich schon gekommen. Aber, ähm, da drin halt sah es schlecht aus. Da habe ich Entferner mitgehabt und das doch nochmal schnell entfernt. Achso, weil du dich geschämt hast? Genau, weil der Mut da irgendwie doch fehlt. Weil der Mut dir fehlt? Genau. Wie lange, seit wann machst du das jetzt schon? Also, richtig regelmäßig, sage ich das, frage, so seit zwei Jahren. Mhm. Und, ja, angefangen hat er schon, so, sag ich mal, mit 15 oder so, wo ich zum ersten Mal den Nageldach für mich entdeckt habe. Aber du lackierst nur die Fußnägel, nicht die Fingernägel. Nein, nur die Fußnägel. Und wir sagen nochmal, du bist heterosexuell. Ja, genau. Das ist, hat, mittlerweile gibt es ja so viele Facetten, dass das nicht unbedingt immer eine schwule Attitüde ist, sowas. Auf keinen Fall. Ne, ich habe das auch schon mal in Teilschriften gelesen, dass da auch einige Stars das schon mal drauf hatten und all sowas. Und, ja. Das könnte, das ist ja sowas, was man eine Weile mal so Metro-Sexualität genannt hat. Ja. Das ist so eine Misch-Misch-Sexualität irgendwie. Ja. Wie oft lackierst du dir deine Fußnägel? Also eigentlich immer, bis es so lange, wie es hält, ne? Und, ja, danach muss es neu gemacht werden, halt schon einmal die Woche, sage ich mal. Und die Lieblingsfarbe ist? Ähm, das variiert echt. Also ich habe gerne diesen French-Duck. French, was ist das genau? Das ist das mit diesen weißen Spitzeln. Ach so, ja. Ja, und das geht halt echt bis zu lila, schwarz, rot. Ja, im Moment, wenn du nach unten guckst, sofern du keine Strümpfe an hast, wie sieht es unten aus im Moment? Im Moment wird es schwarz, also ziemlich im Hochglanz, sage ich mal. Ah ja. Ist doch immer ziemlich aufwendig, ne? Das dauert doch sicher eine ganze Weile, wenn man das ordentlich macht. Ich habe keine Ahnung. Ja, da muss ich echt abends schon mal so zwei, drei Stunden... Ehrlich, so lange? Ehrlich? Ja, also bis das richtig trocken ist, sonst kannst du es wieder neu machen. Und die Freundin findet das okay und auch nicht irgendwie sexuell abtornend für sie, dass ihr das zu feminin ist oder so? Nö, eigentlich nicht. Bisher haben wir da keine Probleme. Dann sitzt ihr beiden Süßen da abends schon mal und lackiert euch beide eure Fußnägel. Genau. Das kann schon mal passieren. Genau. Pflegst du deine Füße so auch dann irgendwie besonders, dass du also ständig mit Schrubber und Bürste und Raspe und... Also ist jetzt nicht im übertriebenen Sinne, aber ich sag mal, so gepflegt gesund sehen sie schon aus, ne? Also ich war schon mal bei der Fußpflege und all sowas und das mache ich dann schon. Aber da auch mit... Aber dann ohne Nagel. Ich wollte gerade sagen, ohne Nagel. Ist, glaube ich, für einen jüngeren Mann eher ungewöhnlich zur Fußpflege zu gehen, ne? Das machen eher ältere Leute, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht. Da hatte die Dame in dem Salon eigentlich keine Probleme mit. Wohl, was ich gerne gehabt hätte, wäre so eine Nagelmodellage, aber da fehlt halt auch den Hut zu, ne? Ach so. Du hättest dir das gerne von ihr so richtig schön machen lassen. Das habe ich mir gemacht. Und vor allen Dingen auch halt, dass es nicht abgeht mehr. Und ja, dementsprechend im Schwimmbad kann man es auch nicht mehr abmachen, ne? Aber ich glaube, dass die Leute, die sowas machen, mittlerweile wahrscheinlich so viel kennen, die hätte dich auch bedient. Und das wäre nicht peinlich gewesen. Das könnte gut sein. Das könnte durchaus sein. Aber im Schwimmbad ist es natürlich was anderes. Da bist du natürlich mit... Da sind ja ziemlich helle Fliesen meistens und da fällt das direkt von 100 Meter Entfernung schon auf. Da fällt das total auf. Und da sind vielleicht auch die ein oder anderen etwas jüngeren Leute oder noch jüngere Leute, die dann ihre Sprüche loslassen. Genau. Damit müsstest du dann... Denke ich mal zumindest. Damit müsstest du damit leben, ja. Die Füße von deiner Freundin, das ist für dich durchaus auch so ein Sexualkick, wenn du dich mit denen beschäftigst. Ja, das sage ich schon auf den Fuß tätig von mir. Und also ich stehe da halt unheimlich drauf, vor allem auf lackierte Nägel. Ja. Das ist ja wirklich toll. Und das Ding ist halt, ich würde es gerne im Sommer halt offen tragen und vor allem auch bei der Familie. Aber wie, ne? Ja. Wo wohnst denn du? In der Stadt oder auf dem Land? Ich wohne eigentlich mehr als ländlich. Im Ländlichen. Das ist natürlich vielleicht dann noch schwieriger. Also nicht unheimlich so ländlich, aber... Also ich glaube, dass ein Kerl mit lackierten Fußnägeln es sicherlich in Berlin leichter hat oder in Köln als in Friesland zum Beispiel oder im Schwarzwald oder im Allgäu. Ja, wahrscheinlich nicht so. Ja, ich meine, da musst du sehen. Wahrscheinlich wirst du viele blöde Kommentare hören und seltsame Blicke wahrnehmen von den Leuten. Aber wenn dir das so wichtig... Ist dir das denn so wichtig, das zu nach draußen zu zeigen? Ja, ich glaube, man ist schon nach der ganzen Zeit blöd. Und halt immer nur für sich selber zu machen. Ja, sicher. Und ja, da hat man ja nicht viel von, sage ich mal, wenn man sich die Nägel verschönert und kein anderer sieht. So, dann sagen wir doch ganz einfach mal, erklären wir das Jahr 2008 zu deinem Fußlackierjahr. Für die Öffentlichkeit auch. Und dass der Sommer 2008 dein öffentlicher Fußlackiersommer wird. Ja, das könnte man eigentlich mal gerne machen. Das könnte man doch gerne mal machen. Ja, wie gesagt, wobei halt immer dieser Komplex da ist, ne? Ja, ja, klar, natürlich. Sicher, aber da musst du dich also entscheiden. Willst du das auf dich nehmen, die Nerverei, oder halt nicht? Das ist halt dann eine Entscheidung. Das ist für mich jetzt eigentlich fest, doch eigentlich schon, ne? Würden dich... Also dafür mache ich es schon viel zu lange. Wenn du andere lackierte Fußnägel von einem Mann sehen würdest, würde dich das auch interessieren? Ich glaube nicht, ne. Ne, das ist alles ganz klar geordnet bei dir. Da habe ich bisher keine Erfahrungen mit gemacht. Ich war damals auf so einer Internetseite. Ja. Da gibt es auch einige Männer, die das so ausstellen. Ja. Und, ne, aber da bin ich auch schnell wieder weg gewesen. Ja, okay. Naja, das war nur eine Frage. Also Andreas, kauf dir schön einen Nagellack und dann freuen wir uns zusammen. Was würdest du denn empfehlen? Eher direkt in die vollen, die mit knalligen Farben oder eher was schlichter? Ja, das ist eine lustige Frage jetzt. Ja, also wenn schon, dann auch volle Kanne. Na gut. Ja, nicht irgendwie so dezent, ein bisschen grau oder so. Rosé. Nein, zack. Also ich habe eigentlich jetzt vor, jetzt in nächster Zeit mir das mal machen zu lassen. Ja. Schick uns doch mal ein Foto. Ja. Ja, schick uns mal ein Foto. Würde mich wirklich interessieren. Mail uns mal ein schickes Foto von deinen toll lackierten Füßen. Ja, kann ich ja gerne machen. Ja, könnte ich dann vielleicht den Zuschauern auch hier im Fernsehen zeigen und den Zuhörern würde ich es beschreiben. Ja, also ehrlich gesagt, ich hatte damals auch mal auf dieser Internetseite bei mir zwei, drei, vier Bilder auch hochgeladen. Ja. Und da könnte man sie sich eigentlich auch angucken. Ja. Na, wir gucken mal. Also, ich würde dich ermutigen, es zu tun, wenn du mutig genug bist, dir die skeptischen Blicke dann auch reinzuziehen. Genau. Alles Gute, dir und deiner Freundin. Ja, schönen Dank. Und dir einen schönen Abend auch. Dankeschön. Schön, Andreas. Nico, 29. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo. So, Nico. Erste Bitte. Den Ton vom Fernseher oder Radio ganz runterdrehen. Habe ich gemacht. Gut. So, jetzt können wir beide reden. Und was geht es bei dir? Es geht darum, dass halt, also erstmal muss ich sagen, dass du halt eine ganz tolle Sendung hast. Dankeschön. Aber ich würde mir halt dann trotzdem wünschen, dass du die Leute bei brisanten Themen halt ausreden lassen würdest. Tue ich das nicht? Ab und zu. Ja, und ab und zu unterbrichst du die. Okay, manchmal geht es auch mit mir durch. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, das macht ja nichts. Okay. Das war es eigentlich auch schon gewesen. Ja. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Achso, das war es schon. Und euch allen auf dem WDR. Und in ganz Deutschland und im Fernsehen ein ganz tolles Wochenende. Achso, das ist so nett. Finde ich sehr nett von dir. Danke, Nico. Das finde ich. Tschüss. Tschüss. Das war das kürzeste Teil davon, glaube ich, was ich bisher geführt habe. Bettina. Bettina ist 32. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Bettina. Ich hoffe, wir hören auch nicht schon nach 15 Sekunden auf. Nein, 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 nein. Ich habe schon ein ernstes Thema. Bettina, um was geht es denn? Und zwar um Panikattacken. Oh, das ist nicht schön. Nee, ist ja mittlerweile eine Volkskrankheit. Du bist betroffen. Richtig, genau. Beschreib mal ein bisschen näher, was genau für Attacken das sind. Das sind, also es ist mittlerweile besser geworden, weil ich in Behandlung war und bin. Und zwar hatte das angefangen, mein Vater hatte jetzt am 8. Februar letzten Jahres einen Herzstillstand. Dein Vater. Richtig. Ja. Wurde wiederbelebt und lag dann im künstlichen Koma. Mhm. Und ich habe halt so die ganzen Bilder mitbekommen, Intensivstationen. Schlimme Eindrücke. Richtig, genau. Und wir wussten halt nicht, überlebt er das oder nicht. Mhm. Und wurde am nächsten Tag dann aus dem künstlichen Koma geholt. Mhm. Und ja, man wusste halt nicht, welche, was bleibt jetzt zurück vom Gehirn halt auch. Weil ja das Gehirn kurzzeitig nicht mit Sauerstoff versorgt wurde. Mhm. Und er hatte auch anfangs noch ein bisschen halluziniert. Ja. Konnte sich aber genau erinnern, was passiert ist. Er ist beim Arzt zusammengebrochen. Ja. Und, ähm... Hattest du denn während dieser Eindrücke dann auch eine Panikattacke? Nein. Nee. Ich denke mal, dass ich erst mal unter Schock stand. Mhm. Wann hattest du deine erste Panikattacke? Das war ein paar Tage später. Hat der Papa sich dann wieder richtig erholt? Richtig, ja, ja. Der hatte eine Operation bekommen, hat mehrere Bypässe bekommen. Mhm. Und ihm geht es jetzt soweit wieder ganz gut. Mhm. Aber ein paar Tage später, das heißt, das hat schon irgendwie einen Zusammenhang mit den Eindrücken, die du hattest im Krankenhaus und der Angst um deinen Vater. Richtig. Richtig, genau. Wie oft kommen denn diese Panikattacken vor? Also mittlerweile nicht mehr so. Und das war halt in der Zeit ganz schlimm. Ich wusste halt selber nicht, was mit meinem Körper passiert. Was heißt denn dann Panikattacke? Was tust du dann? Ähm... Also es war ganz schlimm, dass ich nicht mehr aus dem Haus gehen konnte. Ich habe also körperliche Symptome gehabt wie Herzaussetzer. Mhm. Ähm... Wenn ich irgendwo an der Kasse stand beim Einkaufen, ähm, Schweißausbrüche, Zittern. Mhm. Ich dachte, ich falle in Ohnmacht, Todesängste. Mhm. Und dachte halt wirklich, äh, ich sterbe jetzt. Mhm. Wie viele waren es so bis heute? Ähm... Wie gesagt, so seit ein paar Wochen, Monaten habe ich es nicht mehr. Mhm. Ähm... Aber es war halt im Grunde sonst jeden Tag. Was hast du dagegen gemacht? Ähm... Ähm... Ich bin irgendwann zusammengebrochen, weil ich nicht mehr konnte. Es wusste auch keiner, was mit mir los war. Bis ich mich auch auf der Arbeit nicht mehr gemeldet hatte. Meine Eltern standen vor der Tür. Und, ähm... Ich habe mich dann dafür entschieden, ähm, in eine Tagesklinik zu gehen. Ach so. Ja, das war schon mal ein sehr guter und schlauer... äh, äh, Schritt, dass du, dass du das nicht hast einfach so laufen lassen, sondern hast hier Hilfe selbst quasi organisiert. Richtig, genau. Halt mit der Unterstützung auch dann von meinen Eltern. Ja. Gott sei Dank. Und hat man dir dort so geholfen, dass du heute sagst, ich habe das einigermaßen im Griff? Richtig, genau. Durch Therapien. Ich nehme Antidepressiva im Moment auch. Und musste mich halt in einem Angstbewältigungstraining immer diesen Ängsten stellen. Naja, was, wie, was heißt, welchen, welchen Ängsten stellen? Ähm, also ich hatte ganz arge Probleme, sei es mit dem Fahrstuhl fahren, ähm, mit der U-Bahn fahren, Straßenbahn fahren, Bus fahren. Hat man dann, hat man dann zusammen mit dir U-Bahn gefahren oder Fahrstuhl gefahren? Ich musste das selber machen. Ach, du musst das selber machen. Und da war ein Betreuer dann, stand unten und du musstest in den Aufzug einsteigen und du musstest hochfahren? Nee, ich musste das wirklich ganz alleine alles machen. Also das hat keiner beobachtet? Nein, ich musste das anhand von einem Protokoll aufschreiben. Ach so. Wurde halt langsam angefangen. Da kann man auch schummeln. Ja, aber das habe ich nicht gemacht. Du bist dann tapfer zum Aufzug gegangen und hast das getan und bist reingestiegen in die Kabine, obwohl dir das Herz flatterte. Richtig. Respekt. Ja. Und ich wusste halt irgendwann, diese Ängste gehen auch weg. Und so hast du sie bekämpft. Richtig. Das ist halt so eine Sache. Ich habe auch viele Bücher dann gelesen zu der Zeit, um mich wirklich auch mit dieser Krankheit auseinanderzusetzen. Ja. Und wusste halt auch immer, die Ängste gehen weg. Aber in diesem Moment diese Ängste zu ertragen, war natürlich schlimm. So, jetzt hast du dieses Training absolviert. Richtig. Und bekommst Medikamente und fühlst dich heute eigentlich ganz gut. Richtig, genau. Also wäre dein Tipp, auf jeden Fall, wenn man so etwas hat, was ja viele Leute machen, die das dann verschleppen und die da vielleicht Jahre und Jahre unter Leiden Angst auch haben, irgendwie zum Arzt zu gehen, geht zum Arzt und lasst euch wirklich ordentlich behandeln und man kann diesen Druck und dieses Leid dann loswerden. Richtig. Ja, nicht ganz loswerden, aber zumindest damit umgehen. Ja, ja. Gut, dann verstehe ich deinen Anruf einfach so als Serviceanruf auch, um das einfach mal so zu erzählen in der Öffentlichkeit. Richtig, genau. Einfach Mut zu machen. Und wirklich das nicht, wie du schon sagtest, Jahre zu verschleppen. Ja. Bei mir hat es ja nicht lange gedauert, sondern sich wirklich Hilfe zu suchen. Mhm. Weil ich hatte keine Lebensqualität mehr. Ich bin nicht mehr aus dem Haus gegangen. Ja. Und mittlerweile habe ich wieder Lebensfreude, Lebensqualität. und das ist einfach ein schönes Gefühl. Das finde ich toll, dass sich das bei dir so gut entwickelt, Bettina. Und freue mich, dass du angerufen hast und das hier auch dann erzählt hast. Ja. Und hoffe, dass es so bleibt und wünsche dir alles Gute. Alles klar. Tschüss. Danke. Tschüss. Und jetzt geht es weiter mit, frage ich meine Regie, mit Marco. Und Marco ist 35. Guten Morgen, Marco. Ja, hallo, Domia. Ja, Marco. Grüß dich. Um was geht's? Schön, mal reinzukommen bei euch. Ja. Ich gucke dich öfters. Das freut mich. Ja, eben hatten wir ja noch den Sven dran. Wollte ich nur ganz kurz was zu sagen. Ich hoffe ja heute noch zu. Das war der junge Mann, der seit fünf Jahren... Fünf Jahren, genau. Kein Sex mit seiner Freundin hat. Genau, mit seiner Freundin hat zusammen... Also, ich habe auch nur so einen kleinen, hätte ich jetzt gesagt. Der ist gar nicht mal so klein. Einen kleinen Penis. Ja, meine Oma sagt immer, wo er nicht hinkommt, spuckt er hin. Kleiner ist jetzt am Rande. Was hat die Oma gesagt? Ich kann dabei denken, Sven, ich habe schon reichlich Freundinnen gehabt und das hat immer alles super wunderbar geklappt. Die haben sich nie beschwert irgendwie. Darf ich indiskret fragen, wie groß er ist? Meiner ist 14. Ja, das hat ja Sven gerade auch so gesagt. Ja, ja. Finde ich auch. Von daher, ich will ihm auch nur ein bisschen Mut machen, ne? Ja. Kopf hoch, das klappt schon. Hast du denn am Anfang... Ich muss mich halt eben nur ein bisschen mit der Fantasie auseinandersetzen. Hast du denn, du bist jetzt 35, bist ein bisschen erfahrener schon. Hast du denn am Anfang auch so etwas Hemmungen gehabt und dich vor Mädels geschämt? Ja, ich habe erst mit 19 das erste Mal Sex gehabt. Ja. Der Wunsch war natürlich schon eigentlich viel früher, aber ja gut, ne? Wenn man dann duschen geht mit anderen Leuten und so weiter, beim Sport und so, dann denkt man natürlich auch schon, hm, aber es hat alles wunderbar geklappt. Gab es denn, gab es mal Reaktionen bei dir von Frauen, von Mädels, die sich ja despektierlich geäußert haben über deinen Penis? Die sich schlecht geäußert haben? Nein. Ne. Ne. Ich habe bis jetzt noch keine Schwierigkeiten gehabt, was das angeht. Ist immer gut gelaufen. Auch keine Hemmungen oder sonstiges. Mhm. Ne. Also das war bis jetzt immer eigentlich anwandfrei. Und ich bin auch nicht so einer, der dann danach fragt, na, ist der dir gefallen oder sonst irgendwie was. Ja. Ja, also ganz im Gegenteil. Ganz easy, ganz relaxed, läuft ganz gut. Also, wenn er so, weiß ich jetzt, neun Zentimeter, acht Zentimeter, das wäre schon nachvollziehbar ein großes Problem. Ja, da hätten Schwierigkeiten beim Einführen halt. Ja, natürlich, ja, ja. Ne, ne, ne gewisse Größe hat er ja, ne? Ich glaube. 13, 14 Zentimeter ist voll okay. Ja, ich glaube ja auch. Ich habe aber eine gehabt, die hat danach gefragt, bevor das für uns kennengelernt hat. Ach, ist das wahr? So sind die Frauen. Ja, 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 natürlich. So sind die Frauen. Ja, mein Gott. Gut, dann habe ich ihr das gesagt und dann hat sie gesagt, hm, ja, dann wollen wir mal gucken, weil ich meinte, die wäre recht eng gebaut. Achso, achso. War sie nicht, war sie nicht, darf man mal ab. Die hat dich irgendwo in der Kneipe, in der Bar gefragt, wie groß er ist, oder? Ne, das war in einem Chat gewesen. Achso, in einem Chat, achso, okay. Ich bin mal ausgetauscht, denn. Ja, im Chat ist man dann vielleicht auch ein bisschen indiskreter als so im realen Leben. Fragt man eher so. Fragen nach der BH-Größe, Frauenfragen nach der Flip-Größe und was weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Gut, Marco, also du machst unserem Freund Sven Mut, Junge, ist gar nicht so schlimm. Es kommt auch an, was du daraus machst, ne? Genau. Genau. Zu meinem eigentlichen Thema sind wir jetzt gar nicht gekommen, ne? Ach, jawohl, du hattest auch noch ein eigentliches Thema. Ja, ein anderes eigentlich, weil du auch von einer Parallelwelt gesprochen hast mit Zornos und so weiter. Marco, ich würde vorschlagen, wir vertragen uns auf nächste Woche, weil die Sendung jetzt gleich vorbei ist und dann unterhalten wir uns ganz einfach weiter, okay? Die in der Redaktion wissen Bescheid. Die wissen Bescheid, bis nächste Woche. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche von uns. In der Technik war Matthias Neff. Wir sind am Montag wieder da, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Ein Uhr Radio ins Live, ein Uhr wieder Fernsehen und ein Uhr ins Festival. Ich wünsche euch jetzt ein sehr schönes Wochenende. Es soll sehr sonnig werden. Zumindest habe ich so gehört. Also ein schönes, sonniges Winterwochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.